Hi, ich bin wieder heute am Reihe, werde versuchen Zander zu fangen. Zuerst Grundl, dann auf Grundl Zander. Grundl habe ich noch nie gefangen, diese Rute steht jetzt mit Maden auf Grundl. Dann auf Grundl werde ich versuchen Zander zu fangen. So ein Plätzchen, tolles Wetter. Einfach schön. Okay, bis gleich warten wir auf Zander. Körnchen. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018